Heute wollen wir uns mal verschiedene Kryptobörsen anschauen und bewerten, welche davon am besten ist. Ich gehe dabei auf Coinbase, Binance, KuCoin, Scalable Capital, Trade Republic und die Digital Exchange von Börse Stuttgart ein. Falls du neu auf diesem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, um keine News mehr zu den Themen Finanzen, Vermögensaufbau, ETFs und Kryptowährungen und vieles mehr zu verpassen. Ich beachte aber unbedingt, dass es sich hier um keine Anlageberatung, sondern nur um meine persönliche Meinung handelt, die auch vollständig falsch sein kann. Und damit lasst uns direkt starten mit der ersten Plattform und das ist Coinbase. Bei Coinbase ist ein großer Vorteil, dass es sich hier um eine große Aktiengesellschaft handelt und wir somit sehr gut nachvollziehen können, wie hier die Eigentümerstrukturen dieser Plattform sind. Bei Coinbase ist zudem zu unterscheiden zwischen einmal Coinbase der normalen Version und Coinbase der Pro-Version. Bei beiden Varianten kann man ganz einfach ein Portfolio aufbauen, dieses verwalten und tatsächlich auch Sparpläne laufen lassen. Ein besonderer Vorteil bei Coinbase Pro ist es, dass ihr sehr günstige Handelsgebühren habt, die meistens nicht über 0,5% des Transaktionsvolumens hinausgehen. Hier ist es auch so, dass man sich tatsächlich nur einmal anmelden muss. Das heißt, man registriert sich bei Coinbase und hat gleichzeitig den Zugang auch zu Coinbase Pro und kann damit beide Profile gleichzeitig nutzen. Wenn ihr zum Beispiel einen Coinbase-Account erstellt habt und dort schon Geld drauf überwiesen habt, dann ist es ganz leicht, dieses Geld auch zu Coinbase Pro zu transferieren und dort eben von den günstigeren Transaktionsgebühren zu profitieren. Seit kurzem bietet Coinbase zudem ein sogenanntes Learn-Programm an. Das heißt, ihr könnt verschiedene Inhalte lernen und bekommt dafür sogar auch Rewards, in dem Fall sogar 10 US-Dollar. Wenn ihr euch über den Link in der Videobeschreibung anmeldet, dann erhaltet ihr sogar auch 10 US-Dollar frei, wenn ihr die ersten Kryptowährungen gekauft habt. Schaut also gerne mal rein. Die zweite Plattform, die wir uns mal anschauen möchten, ist Binance. Binance ist tatsächlich die größte Kryptobörse und bietet ganz viele verschiedene Leistungen an. Ihr könnt zum Beispiel Kryptowährungen kaufen, die Märkte umfassend beobachten, habt Funktionen wie Marging Trading oder auch Peer-to-Peer-Transfers. Es gibt darüber hinaus auch Derivate. Und ihr könnt Staken und Earning machen, also auch Dinge mit NFTs sind möglich. Ihr habt also ein sehr, sehr breites Angebot an verschiedenen Leistungen. Während das vielleicht für Einsteiger schon etwas überfordert sein kann, ist das sicherlich für Fortgeschrittene eine interessante Möglichkeit, um hier wirklich von dem umfassenden Angebot zu profitieren. Falls ihr noch keinen Account bei Binance habt, dann könnt ihr euch auch gerne über die Links in der Videobeschreibung anmelden. Dort bekommt ihr dann auch Vergünstigungen auf eure Tradinggebühren. Schaut gerne mal rein. Die nächste Plattform, die ich euch vorstellen möchte, ist etwas unbekannter, hier im deutschsprachigen Raum, und das ist Qcoin. Die Nutzeroberfläche sieht hier so aus, das könnt ihr hier sehen. Und auch auf dieser Plattform habt ihr wirklich ein sehr großes Angebot an Möglichkeiten. Ihr könnt tatsächlich Landing machen, ihr könnt Staking machen, ihr könnt ganz viele verschiedene kleinere Projekte finden. Das finde ich auch an dieser Plattform besonders gut. Denn auf Binance habt ihr das vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ihr dort schon angemeldet seid, gibt es ja eher auch die größeren Projekte. Das heißt, diese sehr jungen Projekte, die noch nicht besonders groß sind, findet man da tatsächlich eher selten. Und das ist eben auch ein Vorteil hier an Qcoin, dass hier die Projekte, bevor sie auf den ganz großen Plattformen, wie zum Beispiel Coinbase oder Binance gelistet werden, häufig auch erst mal bei Qcoin auftauchen. Und damit wirbt tatsächlich auch Qcoin selbst. Hier seht ihr es auch noch mal, dass es sich selber so als die erste Altcoin-Exchange bezeichnet. Also wenn euch sowas interessiert, dann schaut gerne auch noch mal in den Link in der Videobeschreibung. Dort habe ich euch das verlinkt. Und ihr könnt tatsächlich auch Vergünstigungen über diesen Link erhalten. Die nächste Plattform, die ich euch vorstelle, ist eigentlich gar nicht so sehr auf Kryptowährungen fokussiert. Es handelt sich dabei um Scalable Capital. Das ist ja ein Online-Broker. Trotzdem haben sie seit kurzem auch das Angebot im Repertoire, dass sie auch Kryptowährungen anbieten. Positiv ist hierbei auf jeden Fall, dass es die Möglichkeit gibt, die Kryptowährungen auch per Sparplan zu besparen. Das heißt, ihr könnt einfach ganz normal eingeben, ich möchte jeden Monat zum Beispiel 10 Euro in Bitcoin investieren. Und das wird dann automatisch von eurem Konto abgebucht und direkt dann investiert. Ein Nachteil bei Scalable Capital ist jedoch, wenn man mal so ein bisschen in die verschiedenen Informationen reinschaut, dass man nicht direkt in Bitcoin investiert oder nicht direkt in Ethereum oder irgendwelche anderen Kryptowährungen, sondern dass ihr tatsächlich Zertifikate kauft. Das heißt, ihr habt ein Produkt, ein Finanzprodukt, in das ihr dann investieren würdet, was möglicherweise dann mit echten Kryptowährungen hinterlegt ist, jedoch nicht diese Kryptowährungen direkt abbildet. Und genau das seht ihr auch nochmal hier an diesem Factsheet. Das bekommt ihr natürlich, wenn ihr euch die einzelnen Produkte auch anschaut, die ihr dort zur Verfügung habt. Das Ganze nennt sich hier CoinShares. Und wenn wir da mal so ein bisschen runtergehen, können wir auch die verschiedenen Konditionen sehen. Und hier auch bei der Art sehen wir, bei diesem Produkt nachfolgend zusammen mit Kryptowertpapiere bezeichnet, handelt es sich um einen unverzinslichen, besicherten, unbefristeten Schuldtitel. Das heißt, ihr habt eben kein direktes Investment in die Kryptowährung. Und dementsprechend tauchen natürlich hier auch Gebühren auf. Das heißt, ihr habt laufende Kosten von 1,48%, was natürlich auch zu Buche schlagen kann und was man auf jeden Fall berücksichtigen müsste. Ein Vorteil ist jedoch, dass man, wie gesagt, hier die Möglichkeit hat, das Ganze per Sparplan laufen zu lassen. Das heißt, für so einen Einsteiger ist das sicherlich eine Möglichkeit. Die Links findet ihr auch, wie gesagt, wieder in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal rein. Dort könnt ihr auch noch einen Anmeldebonus erhalten. Würde mich freuen, wenn ihr auch diese Links benutzt. Vielen Dank! Trade Republic ist vielen bekannt als Online-Broker und dort kann man ja Aktien, ETFs und Derivate kaufen und besparen. Das Ganze habe ich euch auch noch mal in einem anderen Video vorgestellt, was ich euch noch mal hier oben rechts verlinke. Schaut auch da gerne noch mal rein. Ja, bei Trade Republic ist es tatsächlich so, dass ihr auch in die wirklichen Kryptowährungen investiert. Das Ganze wird dann verwahrt bei einem Cold Wallet. Das heißt, Trade Republic kümmert sich dann, wenn ihr tatsächlich bestimmte Kryptowährungen dort gekauft habt, für die Verwahrung für euch, die dann auch wahrscheinlich irgendwie auf einem Ledger oder Treasure oder so aufbewahrt werden. Von den Kosten her sagt Trade Republic selber, dass tatsächlich nur diese 1 Euro Fremdkostenpauschale anfallen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass natürlich immer so ein gewisser Spread dabei sein kann. Das heißt, auch das muss man natürlich bei den Kosten hier mit berücksichtigen. Ein Vorteil ist hierbei natürlich wieder die einfache Bedienbarkeit. Diejenigen von euch, die Trade Republic schon mal gesehen haben, ist es sehr leicht, dort hier die Transaktion auszuführen. Ein weiterer Vorteil ist der Kundenservice, der hier besonders gut ist. Und ihr habt natürlich mit der Solaris Bank, die ja hinter Trade Republic steht, auch einen deutschen Geschäftspartner sozusagen, wenn ihr euch dort registrieren würdet. Wie gesagt, die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wem die Registrierung bei einer Börse wichtig ist, die in Deutschland reguliert ist, der ist vielleicht auch bei der Börse Stuttgart genau richtig. Die hat eben auch mit Bitex eine Möglichkeit geschaffen, in die ihr auch bei einer deutschen Kryptowährungsbörse investieren könnt. Das seht ihr hier eben auch rechts auf der Seite. Ein Vorteil bei Bitex ist tatsächlich auch, dass die Transaktionskosten relativ gering sind. Das werden wir auch gleich nochmal auf der Übersicht sehen. Und man kann sagen, dass natürlich der Sicherheitsfaktor höher ist, als vielleicht bei im Ausland regulierten Börsen, weil ihr hier eben die deutsche Regulierung mit dabei habt. Und damit kommen wir auch schon zu dem Ergebnis meiner persönlichen Meinung und meiner Gegenüberstellung dieser verschiedenen Plattformen und wie ich das Ganze hier bewerte. Ihr kennt das vielleicht auch schon aus meinem Depotvergleich. Ich vergebe hier immer Sterne. Dabei kann man sehen, dass bei mir Coinbase mit 5 Sternen tatsächlich am besten abgeschnitten hat. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass hier die Transaktionskosten relativ gering sind. Wir haben ja eine Transaktionskostengebühr von 0,2 bis 0,5 Prozent bei Coinbase Pro. Man hat natürlich bei Coinbase etwas höhere Gebühren, aber es ist eigentlich super einfach, eben hier auch über Coinbase Pro zu handeln. Und von daher finde ich das eben schon eine sehr kostengünstige Variante. Außerdem ist ein Vorteil, der eben auch kürzlich im Vergleich zu Binance deutlich geworden ist, dass man hier Ein- und Auszahlungen problemlos durchführen kann. Dabei fällt tatsächlich nur eine Auszahlungsgebühr von 15 Cent an, was ich halt schon sehr, sehr gut finde. Und ihr habt natürlich mit Coinbase eine große Aktiengesellschaft. Das heißt, man hat eben hier ein öffentlich gehandeltes Unternehmen und nicht eine möglicherweise etwas in Anführungsstrichen dubiose Börse, wo man eben auch nicht so hundertprozentiges Vertrauen hat. Vorteil ist natürlich auch, dass ihr hierüber auch einen Anmeldebonus bekommt. Das heißt, wenn ihr euch bei Coinbase registriert, kriegt ihr nochmal 10 US-Dollar Anmeldebonus. Und ich erhalte auch eine kleine Rückvergütung, aber euch entstehen keine Nachteile. Schaut gerne nochmal in den Link und meldet euch darüber an und tätigt eine erste Transaktion, damit ihr auch davon profitieren könnt. Ja, eine sehr große Kryptobörse ist natürlich Binance, die auch immer noch sehr etabliert ist. Von daher vergebe ich da auch nochmal vier Sterne. Ihr habt ein riesengroßes Angebot. Gleichzeitig sind die Transaktionskosten hier nochmal etwas geringer. Das heißt, gerade bei größeren Summen kann sich das natürlich auch vorteilhaft auswirken. Nachteil ist hier, dass ihr, wenn ihr per Visa Abhebung macht, dass ihr dann tatsächlich 1% bezahlen müsst. Vorteil wiederum, man kann hier tatsächlich auch Coins versenden. Ja, wem eher Nischenprojekte oder Altcoins wichtig sind, der ist vielleicht bei KuCoin auch ganz gut aufgehoben. Dort habt ihr natürlich noch ein breiteres Angebot an den, sage ich mal, eher kleineren Projekten, wo man sich vielleicht vorstellen könnte, dass da auch noch höheres Upside-Potenzial ist. Wenn ihr euch da noch nicht angemeldet habt, könnt ihr auch gerne nochmal in die Videobeschreibung gucken. Wie gesagt, hier kann man auch ganz normal Coins verschicken. Ein Nachteil ist da natürlich, dass man tatsächlich über SEPA keine Einzahlung leisten kann und dass ihr sozusagen nur über Kryptotransaktionen hier überhaupt Kapital bewegen könnt. An Scalable Capital gefällt mir sehr gut, dass man hier Sparpläne laufen lassen kann. Gleichzeitig investiert ihr natürlich da nicht in die richtigen Kryptowährungen. Das ist natürlich ein Nachteil. Gleichzeitig ist es vielleicht für Einsteiger oder für Leute, die sich damit nicht so viel beschäftigen wollen und einfach nur bequem immer diesen Sparplan laufen lassen wollen. Eine sehr gute Möglichkeit, um eben auch an den Kursbewegungen zu partizipieren. Da habt ihr natürlich auch wieder die Regulierung in Deutschland. Das ist ein großer Vorteil, wie ich finde, denn Scalable Capital sitzt ja in München und das verstärkt natürlich auch das Vertrauen. Auch da ist es so, wenn ihr euch über den Link anmeldet, kriegt ihr natürlich auch einen Bonus. Automatisierte Sparpläne gibt es tatsächlich auch bei Trade Republic. Dort kosten diese eben auch keine Gebühren. Wenn ihr Kryptos handeln wollt, dann bezahlt ihr nur die Fremdkostenpauschale, die ja auch mit einem Euro sehr gering ist. Das Ganze ist auch wieder in Deutschland reguliert und ihr habt die Möglichkeit, dass ihr einen guten Kundenservice in Anspruch nehmen könnt. Gleichzeitig ist natürlich das Versenden von Coins wie bei Scalable Capital nicht möglich. Ihr habt also nicht den direkten Zugriff auf diese Coins, sondern könnt diese nur über Trade Republic oder Scalable handeln. Gleiches gilt eben auch für Bitex. Dort ist das Versenden von Coins nicht möglich. Ihr könnt aber hier relativ kostengünstig Coins kaufen. Das heißt, ihr habt nur eine Transaktionsgebühr von 0,2 bis 0,35 Prozent, was tatsächlich auch, wie man hier an dieser Tabelle sehen kann, sehr günstig ist. Gleichzeitig muss man natürlich auch immer noch die Einlagensicherung berücksichtigen, die ja in Deutschland gilt, was eben auch wieder ein Vorteil ist. Und ihr habt natürlich das Vertrauen, was gestärkt wird durch die Regulierung in Deutschland. Schaut also unbedingt rein, ob ihr eine der Plattformen gut findet und meldet euch gerne über die Links in der Videobeschreibung an, damit ihr eben auch die Vorteile bekommen könnt. Mich würde natürlich interessieren, wie ihr das Ganze seht. Nutzt ihr auch einige dieser Plattformen? Welche findet ihr am besten? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ansonsten vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und ich freue mich auf das nächste Video. Bis dahin, ciao!